Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scrap Buggy, will ich immer sagen, mit dem Sudkits. Hola! Hola Sudkits und er ist nicht zufrieden mit seinem Dragster. Alter, meiner sieht ja immer richtig cool aus. Danke, danke. Nein, meiner sieht cool aus, deiner sieht... Deiner sieht auch aus, ja. Deiner sieht auch aus. Oh, 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 okay. Ähm... Moment, Spoiler, aber der bleibt jetzt so. Also ich wäre bereit für das erste Truster-lose Dragster-Rennen. Ey, warte, 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 warte. Und zack, das werde ich erst recht bereuen und das werde ich erst recht bereuen. Okay, meine würde er auch abheben. Oh, hier noch. So, äh, sicher. Sicherheit. Äh, 60 first, gell? Alter! Macht er sich einen Käfig rum? Ich möchte auch noch ein bisschen, komplett ohne Grund, meinen Spoiler ein bisschen verändern, ja? 1, 2, hier 1 runter, da 1, jetzt runter, da 1, geht's dir noch gut? Ich versuche, zu wenden. Okay. Aber du weißt, Dragster lenken ja nicht gut, deswegen. Ja, ja, also gut lenken kann man auch nicht. Ja, man muss auch nicht lenken bei einem Drag Race. Eigentlich nicht. Wenn, dann hat man ein Problem eigentlich. Hä? 1, 2, 3. Achso, da habe ich verschissen. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, what's up, die Sanchez? Sanchez. Ich mache die Dinger wieder weg, ich sehe den Schade aus. Äh, ja. Aber das hier vielleicht. Und den noch. Und den noch. Na. Na. Safety first. Safety first. Okay. Der Pisser macht sich einen Wheelie-Bar. Nein, das ist mein Spoiler. Okay. Spoiler, Spoiler. Ha, ha. Alter, mega geil. Ich habe hier noch Optik-Tuning. Hehehe. Okay, dann. Jetzt bin ich technisch eigentlich soweit fertig. Und du bist gerade weggefahren. Mir scheint perfekt gleich nebeneinander. Achso. Egal. Warte, ich kann, ich kann, ich kann, ich kann wieder. Ich glaube, du kannst besser lenken wie ich. Ja. Vielleicht so Rennmusik, Rennmusik reinmachen. Ich habe, glaube ich, in meiner Playlist keine Rennmusik. Und wenn, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel zu leise. Ähm. Ja, wie machen wir? Der, wo zuerst da gegen die Mauer knallt, oder? Ja, wenn da eine Mauer kommt, dann ja. Und wenn keine kommt, bis in die Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Was machst du? Ja, nur, dass wir nicht ineinander dann lenken. Okay. Sind Sie bereit? Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Nein! Handling! Nein! 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 Schneller! 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 Das ist... Warum bist du schneller? Schneller! What the fuck? Die andere! Die andere! Ja, wo es dahinter! Ah! Dann überhol ich die Gerdrückwärts. Ja! Ah! 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 Nein! Ey, es gibt hier irgendwie, glaube ich, kein Ende. Senior! Hi! Hallo! Okay, und jetzt mit Trustern, oder? Ja! Oh Gott! Hey, wir werden sowas von... Du, du Mann! Mach doch mal dein Handy aus! Ich hab' jetzt nichts gehört von deinem Handy, weil ich hab' mein Handy immer aus in der Aufnahme! Wer's glaubt, ist grün hinter den Ohren! Scheiße! Scheiße! Ich hab' nur Platz für einen Truster! Ich hab' nur Platz für einen Truster! Und so! Und einen! Jetzt hat er wieder zwei gemacht! Dieses verdreckte Spiel! Das verarscht mich einfach! Da unten! Ich will das ohne Wagenheber machen jetzt! Und so! Ja! Ja! Und das sieht sogar irgendwie cooler aus als vorher! Okay! Alter! Alter! Ich werd' wahrscheinlich so viel gar nicht anschließen können! Irgendwie! Und wenn doch, dann crash das Spiel wahrscheinlich, wenn ich die alle aktivieren will! Alter! Ich kann sie ernsthaft alle anschließen, Mann! Ja, ist kein Platz mehr, hä? Burschi! Du kriegst kein Truster mehr hin! Kein Truster! Keine Power! Kein Race! Kein Win! Oh mein Gott! Das ist kein Problem! Das ist kein Problem! Deswegen hab' ich so viel Bass! Ey! Puta! Ich hab' einen Motor extra nur für die Lenkung! Okay! Okay! Für die Truster! Ich vielleicht! Ja! Bringt das was! Ich weiß es nicht! Ähm! Versteh' nicht! Aber okay! Hallo! Falsche Richtung, Senior! Alter! Kein Stück übertrieben! Okay! Bist du bereit? Si! Dann darfst du jetzt mal den Counter machen! Tres! Dos! Uno! Ehhh! Adios, Amigo! Alter, mehr schneller! Mehr schneller! Wie meine ab geht, Mann! Alter! Oh, lieb! Alter! Es ist gigantisch, ey! Nein! Jetzt bin ich umgefallen! Jetzt liege ich am Dach! Und jetzt hab ich einen Block weggemacht! Alter, das ist ja phänomenal! Willst du mal mit meinem heizen? Warte, ich muss ganz kurz... Ich will mal ganz kurz vorne nur ein Rad anstatt die Zwillingsräder! Will mal gucken, ob's dich besser lenkt! Ja! Ah, lenkt genauso kacke, Alter! Ich muss auch noch schnell was testen hier! Okay, wenn du das kannst, dann kann ich das auch! Oh man, das Spiel wird explodieren! Oder mein Prozessor wird schmelzen! Oder irgendwas... Irgendwas Blödes wird passieren! Ich hab grad die Menge nochmal verdoppelt! Aber es ist ja nett, dass das Spiel das zulässt so viele! Wie das aussieht, Mann! Okay! Ich wär bereit! Ah, warte! Warte! Ich muss ihn noch anschließen! Stimmt! Das wär vielleicht, ja! Von Vorteil! Anschließen! Habe ich mal im Fernsehen gehört! Sollte man immer machen! Oh, tut du, ey! Du hörst wieder Dinger raus! Misch! Ja, okay! Du hast aber eigentlich recht! Eigentlich war da wirklich Sanchez-like! Aber mal ehrlich! Den Schönheitspreis, den gewinn ich! Näh! Sicher! Lass mal die Zuschauer in den Kommentaren entscheiden! Welches Dragster sieht Dragster mäßig aus? Meins oder der Kackler? 0800 15 08 mit der Endziffer 1 für Tudu! Mit der Endziffer 2 für sein Scheißes! Achtung! Es können Kosten anfallen! Aber nicht viel! Nee! Es sind ungefähr 80 Euro pro angefangen Sekunde! Und sie können eine Sammelkarte von CSGO gewinnen! Und zwar die, die jeder andauernd kriegt! FBI oder so! FIB, bye, 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 bye! Alter! Ja, wahrscheinlich! Ja? Hä? Und warum sind die jetzt nicht... Ach, scheiße! Die sind nicht mittig! Also ich sag Schönheitspreis geht an mich! Nee! Glaube ich nicht! Dein verkrüppeltes Ding da will doch niemand sehen! Aber jetzt wird dich sowas von vernichten! Anal! Anal oder Rektal? Sowohl als auch! Ich weiß sogar aus meinem Auspuff kommt Power raus! Und jetzt kommst du! Also rein... Was machst du da vorne? Machst du... Ja! Jetzt... Ja! Wie du es nachmachst! Du bist so ein Held, ey! Ich weiß! Ich bin El Pablo Sanchez, der ist Held! Ja, absolut! Und... Was hast du gemacht? Nix! Was hast du gemacht? Nix! Du Bengel! Ich... 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 Ich schau nur! Ja, ja! Ja, alles genau! Also... Es wär so geil, wenn du das nicht merken würdest! Ständig Gegendruck hättest! Nein, ich hab hier vorne... Ja, okay! Da waren diese... Das war ein Schnorchel! Hier... Solche... Ja, egal! Solche Dinge waren da! Ja, okay! Dann lass da dran! Okay, Sarkis! Bist du bereit? Jetzt wird's übertrieben! Ich mach nur ganz leicht, ne? Und... Das geht ab! So, gut, gut, gut! Ah! Nein! Egal, egal, egal! Warte, warte, warte! Okay! Bist du bereit? Si! Si, si, si! Okay! Drei! Zwei! Eins! Lass! Ah, tschüss! Nein! Nein! Schau mal an! Schau mal an, was ich mach! Schau mal an! Meiner kann stehen! Mein Einer Traster funktioniert nicht! Alter! Schau dir mal an, wie ich gelandet bin, bitte! Äh... LOL! LOL! Frag mich nicht, wie... Oder wieso... Oder wieso... Vielleicht sind die schuld! Okay! Alter! Ich brenn dich weg! Ich bin bereit! Drei! Zwei! Eins! Go! Adios, Amigo! Oh nein! Alter, das ist einfach zu buggy! Ja, das... Da müssen wir echt schon auf Schienen bauen, irgendwie. Für so einen Affenzahn! Das ist einfach zu hoch! Das ist einfach zu hoch! Ich bin bereit! Ja! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Wie das anhört, Mann! Richtig geil! Als würde so ein Chat... Chat... Chat an mir vorbei... Ja, Mann! Chatten! Dom Chat hat nicht mal so viel Turbinen, Dudu! Nein, nicht mal ansatzweise! Aber er ist, glaube ich, trotzdem schneller! Ach, was! Das ist nicht sehr schnellste! Dudu ist der... Schnelleste! Okay, ich muss einfach die zwei wegmachen hier! Dann geht's! Dann geht's! Adios! Ey! Mach deinen... Mach deinen... Mach deinen Penis da weg! Okay! Ey! Ey! Ey, du Mischgeburt! Das haut einfach ab! Ehhh! Sanchez Marquez von hinten! Ah! Es lebt! Es fackt rum! Okay, du hast jetzt einen Flammenwerfer vorne! Aber deins lenkt der wieder mal gar nicht! Ehhh! Ehhh! Ja! Ja, aber ist Drag Race ähnlicher als dein, äh... Lufthanzer LH... Ey, das ist ne 5000 Watt Bass Machine und meinst du ja wohl... ...tausend... ... ...tausendmal mehr Drag Star als dein... ...Pimmel da... ... ... ... Das ist klar! Okay, lasst mir die Zuschauer entscheiden... ... 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 Ähm, es hat sich was ergeben, Leute. Ich hab grad gesehen, wenn man mit E auf die Traster drückt, dann werden die noch heftiger. Und wir werden jetzt den ultimativen Stresstest für die Geschwindigkeitslimits dieser Engine machen. Ich glaub, da ist ab nochmal. Es wird, glaub ich, implodieren. Ich werd wahrscheinlich die Schall und die Schallmauer durchbrechen, die Lichtgeschwindigkeit überlichten. Alles. Alles. Ja, alles. Ich werd sogar die Gronkh-Geschwindigkeit überschreiten. Alter. Okay, meine Traster sind bereit. Meine auch. Ich berühr weh nur, ne? Scheiß, jetzt steckt mir ineinander. Okay. Nein. Lass einfach einen Fliegenstart machen. Okay, drei, zwei, eins. Was ist das denn? Scheiß, hätte ich nur noch flippt. Ich hab ne Wand gefunden. Ich hab ne Wand gefunden. Ach du... Ich fahr auf den Kopf, Alter. Ach du Scheiße, Mann. Alter, no fucking way. Du kannst ja keinem verkaufen, Mann. Das ist ja die Übertrieb... Achtung, ich komm mal zu dir. Oder ich versuch's mal. Achtung. Achtung, Achtung, Achtung. Ja, ja, ich seh dich. Ich komm mal. Wow. Mein Charakter ist gebackt. Alter. Der war grad wie Knetgummi. Hä? Ähm. Hä? Ich hab nen Wagen... Ich glaub, meine Karre ist da... ...aufgrund der Geschwindigkeit so reingeglitscht. Ne, da ist ne Wand. Da ist ne Wand. Ach so. Ich komm auch nicht mehr rückwärts zurück. Ach so, okay, jetzt. Ah. Hä? Aber ich krieg mein Auto nicht mehr auf den Wagenheber. Ah, jetzt. Ich war nur zu dämlich. Jetzt guck mal, wie es bei mir aussieht. Ey. Dude. Aber du behältst relativ die Kontrolle. Hallo. Fisopeno. Oh, Mama. Okay. Weißt du was? In der nächsten Folge bauen wir was Fliegenes. Bis dann, Leute. Wir schwingen. Okay. Wir schwingen.